Es hat sich im Laufe der Jahre, wo wir jetzt schon die Bühnen dieser Welt entern, als hervorragend und richtig herausgestellt, die Leute, die wir bespaßen, mit einem Geschenk zu beglücken. Ihr merkt, ich zögere. Das könnte daran liegen, dass uns dieses Geschenk abhandengekommen ist. Die Reise nach Leipzig ist weit und beschwerlich. Und den Rum, den wir ehrlich für euch gekauft haben, der würde uns dreisterweise vom Besitzer wieder ab. Also zumindest hatte er das vor. Wir waren schneller, wir haben ihn vernichtet. Hey, bevor ein reicher, fetter Grüße uns unser Zeugs auf, dann machen wir es lieber selber. Und bringen euch stattdessen einfach nur dieses beschissene Lied. Rum für die Welt. Wir haben wollen es. Wir haben wollen es. Jeden Tag verdient der reichste Mann an uns und Spaß Besteuert jede Fusche, gibt jeden Kug und jedes Fass Wir feiern immer neute flüssig Glück, wer mehr für sich allein Doch da hoch und was soll der Rumpf jeder Mann erschlinglich sein Wir wollen wieder feiern, bis der Hauptmachsachter klingt Und der Alkohol und Sändig jedes Scheißproblem verdrängt Wir finden keine Lausflug mehr, der Hass ist riesengroß Die Flasche leer, das Fass ist toll, die Kampafahrt geht los Rumpf die Welt, wir fahren auf Papapak für euch An dem Gesetz sollt ihr uns schlagen Rumpf die Welt, doch der größte Teil für uns In der Notfall, den wir selber haben Ein totes Schädel auf der Freienruf waren wir aufs Meer Ein vollgewandtes Schiff zu finden, erzähl das nicht sehr schwer Die Kruge bräuchten und das Schiff mit einem Schuss versenkt. 45 Fässerlungen, die haben sie uns geschenkt. Und wo will die Welt verfahren auf Kampferfaden für euch? An dem Gesamt sollt ihr euch erlauben. Und wo die Welt doch der größte Teil wird, sind der Not von Wehlen, die wir selber haben. Ihr habt euch vielleicht gefragt, wer dieser schüchternen Kerl dahinten ist. Ja, ja, ja. Der ist eigentlich gar nicht so schüchtern. Der liest bloß vom Blatt. Warum? Das ist der Alex von Zwilling, der hat es kurzfristig hier am Bast aushebt. Der hat es geschafft, die ganze Scheiße in zwei Wochen ausführlich zu lernen. Und das ist ein fändiger Applaus hier. Die Obenkränke Kiffe aus dem Umnebel zu jagen und finden sie den Stoff bei uns, dann geht's uns an den Klagen. Und auch der Hund seht euch in der Zürgelzeit versteckt. Außer unsere Bäuche und der Rump, der Rump, der Muster wird. Warum? Für die Welt verfahren auf Kampferfaden für euch? An dem Gesamt sollt ihr euch bedanken. Warum? Für die Welt doch der größte Teil wird, sind der Not von Wehlen, die wir selber haben. Und für die Welt doch der größte Teil wird, sind der Not von Wehlen, die wir selber haben. Oh, 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 oh